Mallman World Championship 2019 Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich habe zwei Events anzukündigen einmal Mallman World Championship 2019 und dann noch die Wahl des DonGang Logos Ich habe wieder ein neues DonGang Logo eingereicht bekommen von Johnny Bot Studios Sieht eigentlich ganz interessant aus mit dem Pargament und dem Herz DonGang Archivierung im Namen des 8-Bit-Volkes Ich würde vielleicht noch ein paar kleinere Änderungen vornehmen Ich würde vielleicht den Hintergrund auch pixeln und nicht nur das Herz und vielleicht würde ich auch die Schrift halt pixeln damit das ein bisschen einheitlicher alles aussieht und mir gefällt auch die Schrift nicht so ganz Ich finde die ist ein bisschen unleserlich Da würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber gehen Aber ansonsten finde ich es eigentlich sehr, sehr schön Wollte ich euch noch mal zeigen Ihr habt jetzt genau eine Woche Zeit Am 20. Oktober dementsprechend Nächste Woche Sonntag um so gegen 15 Uhr ist dann Einsendeschluss Also sagen wir mal 15 Uhr ist dann Ritze und direkt danach werde ich dann ein Video vorbereiten und werde es dann am Abend wahrscheinlich hochladen wo ich noch mal alle eingereichten Logos vorstelle und dann starte ich eine Umfrage Die läuft am Sonntag bis Montag um abends wahrscheinlich wieder Also wenn ich das Video hier am 20. hochlade das wird wahrscheinlich dann so um 18 Uhr sein und dann bis zum 21. auch um 18 Uhr wäre dann die Umfrage beendet Dort könnt ihr dann abstimmen welches Logo ihr am besten findet könnt ihr es auch noch mal kommentieren und wie gesagt schaut euch auf jeden Fall das Video dazu noch mal an dann am 20. wo ich dann noch mal alles vorstelle und am 21. also bis abends ist dann die der quasi die Umfrage gestartet Gut und damit hätten wir das erste Event abgehakt und das zweite Event ist der Maulman World Championship 2019 Dieser ist direkt davor am 19. um 15 Uhr Startet das Ganze wird wahrscheinlich wie beim letzten Mal wieder circa drei Stunden gehen bis 18 Uhr dementsprechend also am 19. Oktober Entschuldigung am 19. Oktober den Samstag nächste Woche wird der Maulman World Championship abgehalten Ich habe dazu schon mal ein Let's Play gemacht und das könnt ihr euch gerne angucken das habe ich in der Videobeschreibung und ihr könnt das Spiel auch bereits herunterladen und üben Das Leaderboard wird dann aber am 19. zurückgesetzt und dann kann man sich also alles was man davor gemacht hat alle Rekorde sind dann quasi hinüber und erst ab dann während des World Championships gelten die Rekorde Worum geht es? Man muss wieder versuchen im Leaderboard auf Platz 1 zu kommen Selbstverständlich oder wenigstens mal drin zu sein das wäre auch mal nicht schlecht Nein, man muss versuchen in die Top 3 zu kommen dann kriegt man tatsächlich Preise In den Top 3 bekommt man Preise Die Preise sind die RPG Maker Ich habe mir im Humble Bundle die RPG Maker nochmal gekauft weil ich erstens euch diese als Gewinn anbieten wollte und zweitens waren in dem Paket noch andere Sachen drin die ich toll fand und ich habe im Angebot alle 6 RPG Maker für euch Wie mache ich das Ganze? Der Erstplatzierte darf sich einen davon aussuchen Stellen wir uns vor der Erstplatzierte wählt zum Beispiel den RPG Maker MV Dann darf der Zweitplatzierte sich einen aussuchen Der MV ist natürlich schon weg Sagen wir, er wählt den XP weil der XP ist cool So, ist weg Und dann wählt der Drittplatzierte zum Beispiel den Ace Dann habe ich ja noch drei RPG Maker übrig und die würde ich dann die Keys dazu die Steam Keys sind jeweils immer Steam Keys habe ich vergessen zu sagen Die würde ich dann einfach einblenden und wer zuerst kommt malt zuerst Also die letzten drei RPG Maker würde ich auf gut Deutsch einfach an die Zuschauer verschenken und die Steam Keys dann einfach live im Stream einblenden und wer zuerst kommt und sie zuerst eingibt also wer auf gut Deutsch am schnellsten ist mit Abtippen der hat sie halt kostenlos bekommen Jetzt werdet ihr euch denken Oh, ich habe doch schon alle RPG Maker Hm, was soll ich damit machen? Ja, ihr habt bestimmt einen Freund der einen gebrauchen könnte oder ein Bruder, eine Schwester ein Vater, eine Mutter ich weiß es doch auch nicht irgendjemanden der vielleicht auch einen RPG Maker haben wollen würde den ihr vielleicht mit in eurem Team haben wollen würdet Beispielsweise wenn ihr mit einem RPG Maker MV arbeitet und für euren Kumpel auch noch einen RPG Maker MV brauchen würdet damit ihr zusammen an einem Projekt arbeiten könnt dann wäre doch das ziemlich cool jetzt einen RPG Maker MV zu gewinnen oder dasselbe halt mit dem ACE oder mit dem XP oder mit dem VX oder dem 2000 oder 2003er gut hätten wir das auch geklärt das sind die Gewinner die RPG Maker und dann natürlich noch der XP und der MV die fehlen jetzt schon auf der Liste weil ich sie jetzt gerade weggestrichen habe aber ihr habt das sicherlich verstanden worum es geht also der Erstplatzierte darf sich zuerst einen aussuchen dann der Zweiplatzierte darf sich einen aussuchen und dann der Drittplatzierte darf sich einen RPG Maker aussuchen und bekommt die Keys dann zugeschickt gut haben wir das auch geklärt ähm ja das war es eigentlich soweit ich hoffe ihr habt alles verstanden wenn Fragen sind könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen der Gewinner wird dann am Ende des Streams dann ermittelt am 19. wie gesagt das ganze funktioniert wie folgt ihr spielt das ganze im Endlos Modus ich ähm kann euch das Spiel eventuell auch nochmal kurz zeigen vielleicht äh finde ich das jetzt mal auf die Schnelle ich habe das natürlich schon aha sehr gut ähm machen wir mal Windows hm vielleicht die Auflösung ein bisschen ne egal hat sie eh gerade erledigt äh so und bitte nicht Vollbild so alles klar und wir spielen Maulman wir spielen den Endlos Modus und wer dann quasi in den in den in den also quasi in den Top Platzierungen ist Top 3 wird einen Preis dafür bekommen wer ähm nicht in den Top 3 ist ist nicht schlimm ihr könnt vielleicht am Ende noch ein Steam Key ergattern wenn ihr einfach schnell tippen könnt äh okay ich hoffe ihr habt das ganze soweit verstanden mhm und ihr müsst euch hier dann wie bei ähm wie heißt das noch gleich Flat BMW registrieren und könnt dann in in dem Leaderboard mitmachen ihr müsst hier den Enden ausweichen und mit Herzen auf die Maulwürfe schießen damit diese sich verlieben ungefähr so so alles klar okay und wenn ihr die Enden berührt dann ist Game Over alles klar dann werden hier die Punkte angezeigt und hier könnt ihr euch dann ähm ähm registrieren oder anmelden und zurück zum Hauptmenü ihr könnt das ganze auch üben ähm entweder bei üben oder im klassischen Modus einfach mittel schwer extrem da könnt ihr das ganze nochmal üben und bei Einstellungen könnt ihr auch die Sprache ändern ich weiß nicht ich glaube Default ist Englisch und ihr könnt diese auch auf Deutsch stellen wobei das jetzt bei dem Spiel jetzt nicht das Problem sein sollte ich hoffe ich habe soweit alles ähm gesagt ich werde auf jeden Fall auch nochmal einen Download Link zu dem Spiel in die Videobeschreibung packen ihr könnt ja schon mal ausprobieren ihr könnt euch auch schon mal registrieren Username und Passwort und dann könnt ihr dann am 19. um 15 Uhr direkt loslegen ohne euch zu registrieren ohne alles direkt einfach los starten und habt auch schon mal geübt vorher das ist doch auch mal nicht schlecht so ich hoffe ihr habt alle Spaß und nehmt teil wir sehen uns dann beim Mallman World Championship 2019 und ich hoffe ihr nehmt auch bei der Wahl zum Don Gang Logo am Sonntag den 20. Oktober Teil gut das war es soweit von mir Tschüssi bis zum Mallman World Championship Tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal